Wer geht zur Hochzeit deines Bruders? Wer geht zur Hochzeit deines Bruders? Viele unserer Freunde werden zu seiner Hochzeit kommen. Sind hier Haustiere erlaubt? Haustiere sind in dieser Wohnung nicht erlaubt. Wem bist du in deiner Familie ähnlicher? Wem bist du in deiner Familie ähnlicher? Ich bin meinem Vater ähnlich. Möchten Sie mit Ihrem Vater sprechen? Möchten Sie mit Ihrem Vater sprechen? Ich möchte nicht, dass sich mein Vater Sorgen macht. Wer hat Dich diszipliniert, als Du als Kind unartig warst? Wer hat Dich diszipliniert, als Du als Kind unartig warst? Mein Vater hat mich als Kind diszipliniert. Wer hat Dich für gute Leistungen gelobt? Wer hat Dich für gute Leistungen gelobt? Mein Vater hat mich für gute Leistungen gelobt. Mein Vater hat mich für gute Leistungen gelobt. Was für Haustiere magst Du? Was für Haustiere magst Du? Ich möchte einen Hund haben. Auf welcher Etage wohnst Du? Auf welcher Etage wohnst Du? Ich wohne in der Wohnung im ersten Stock. Nebenan gibt es viele Baustellen. Weißt Du, was neben diesem Ort gebaut wird? Weißt Du, was neben diesem Ort gebaut wird? Ein großes Krankenhaus wird gebaut. Weißt Du, was neben diesem Ort gebaut wird? Weißt Du, was neben diesem Ort gebaut wird? Eine Schule wird gebaut. Hast Du die Tür abgeschlossen, bevor Du hierher gekommen bist? Ich habe vergessen, die Tür abzuschließen. Hast Du die Tür abgeschlossen, bevor Du hierher gekommen bist? Die Tür zu meinem Haus hat kein Schloss. Wer ist für die Verwaltung dieser Wohnung verantwortlich? 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 Wann wirst Du deine Geschwister zum Abendessen einladen? 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 Ich habe noch nicht daran gedacht, meine Geschwister zum Abendessen einzuladen. Was steht vor deinem Haus? Was steht vor deinem Haus? Die Statue meines Großvaters steht vor meinem Haus. Was steht vor deinem Haus? Was steht vor deinem Haus? Es ist im Briefkasten. Ist Müller zu einer anderen Fußballmannschaft gewechselt? Ist Müller zu einer anderen Fußballmannschaft gewechselt? Ja, ist er. Ja, ist er. Die Buchhandlung ist weg, oder? Die Buchhandlung ist weg, oder? Die Buchhandlung ist an den Ort umgezogen, wo sich der Bahnhof befindet. Die Buchhandlung ist an den Ort umgezogen, wo sich der Bahnhof befindet. Wohin gehst Du morgen? Ich werde morgen zu meinen Eltern gehen. Ich werde morgen zu meinen Eltern gehen. Wohin gehst Du morgen? Wohin gehst Du morgen? Ich werde morgen ins Büro gehen. Ich werde morgen ins Büro gehen. Ist dein Flur groß? Der Flur ist sehr groß. Ist dein Flur groß? Der Flur ist sehr klein. Der Flur ist sehr klein. Der Flur ist sehr klein. Der Flur ist sehr klein.